Zum Schluss dieser Stunde noch ein Wort zu den vielen Kriegen, die da toben. Wir haben über Israel und die Hamas und den Zustand jede Menge reden müssen, werden es in Zukunft auch noch tun. Da kann man gar nicht nachvollziehen, was täglich durch die Presse geht. Ein Highlight oder ein Extrem davon dürfte aber wohl sein, dass Israel jetzt tatsächlich die Visa-Ausgabe für UN-Mitarbeiter ausgesetzt hatte, weil der UN-Vorsitzende, der Generalsekretär Guterres, sehr umstrittene Äußerungen über den Hamas-Terror machte und sagte, dieser geschiehe ja nicht in einem Vakuum und damit wies er hin auf die Lebensumstände der Palästinenser, insbesondere in Gaza und im Westjordanland. Das hat nach Äußerung des israelischen UN-Botschafters allerdings wieder antisemitische Qualitäten. Das schüre Antisemitismus sei nicht zu ertragen und Israel hat daraufhin die Visa-Ausgabe für UN-Mitarbeiter ausgesetzt. Es tobt also weltweit die Diskussion darüber, ob nun, wie die Amerikaner es unterstützen, zu Recht weiter aufgerüstet wird und Israel diesen Fonds weiterverfolgen sollte oder eben auch nicht. Was wir allerdings wissen über die deutsche Beteiligung, das deutsche Handeln, das wird an anderer Stelle klar, wie ich meine, Milena, denn da ist eine kleine Meldung, eine Fußnote eigentlich nur, zu lesen, dass in Litauen jetzt beschlossen wurde oder jetzt verabschiedet wurde, was vor langer Zeit bereits beschlossen war. Die Bundeswehr wird in Litauen einen dauerhaften Standort beziehen und mit 4000 natürlich gegenderten Soldaten in der Originalmeldung dort einen, Zitat, permanent gefechtsbereiten Verband bilden, der 2025 formell in Dienst gestellt wird. Litauen habe wohl darum gebeten, weil die benachbarte Enklave Kaliningrad bei der NATO um verstärkte Militärpräsenz gebeten hat. Also wir sehen, so meine Interpretation, Milena, dass Deutschland sich in diesem Klima der internationalen Kriegs gebrüllt, doch langsam in Richtung einer Möchtegern-Großmacht- oder Mittelmacht entwickelt und Militärbasen im Ausland gründet. Das hat mir schon die Schuhe ausgezogen. Das ist ein Schritt, den ich jetzt so nicht erwartet hätte, so als Nebenmeldung. Natürlich haben wir überall Kontingente, aber dass wir jetzt selber dauerhaft Basen im Ausland bauen, ist eine neue Qualität, meine ich. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich kompletter Unsinn, wie ich finde. Also ich meine, Litauen fühlt sich jetzt von Russland bedroht und die Deutschen stellen da 4000 Soldaten hin. Ja und dann? Ich meine, ich persönlich glaube nicht, dass die Russen die NATO direkt angreifen werden, also auch nicht Litauen. Aber selbst, aber wenn, dann was passiert dann da? Dann werden die deutschen Soldaten die Russen zurückschlagen. Ich halte das halt auch für Symbolpolitik. Ich glaube nicht, dass das wirklich, also ich bin jetzt kein Militärstratege, manche mögen mich jetzt schelten, aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich militärisch extrem wichtig ist. Nein, militärisch ist das bedeutungslos. Aber ich habe so etwas anderes, was mich so drückt diese Woche. Ich glaube, wir kommen so in so eine gefährliche Weltlage, auch im Kopf. Krieg ist jetzt inzwischen so zu einem normalen Mittel geworden, ob bei der Politik oder in den Medien und auch in den Köpfen der Menschen. Da heißt es so, natürlich bin ich für Frieden, aber. Das ist die neueste brandgefährliche Relativierung. Ich bin für Frieden, aber. Die Russen haben ja angegriffen. Ich bin für Frieden, aber. Schaut auf diese Gräueltaten der Terroristen. Also natürlich ist die Empörung verständlich. Aber wenn Frieden nicht mehr oberste Pflicht ist, sondern nur noch eine Option, dann haben wir auch keinen dauerhaften Frieden. Und für mich sind auch so Leute wie Strack-Zimmermann, Röttgen und Thiesewetter oder auch die Bild-Zeitung Schuld an dieser Geisteshaltung. Immer mehr Waffen, Dämonisierungen, kein Wille über Deeskalation zu reden oder über Verhandlungen. Wer über Verhandlungen reden will, ist alles Mögliche, bloß nichts Gutes. Und gleichzeitig wird die Welt entzweit. Also die Länder der Welt haben sich ja schon in Sachen Pro-Ukraine oder Pro-Russland entzweit. Jetzt kommt noch dazu Pro-Israel oder Pro-Palästina. Jetzt hat ja der türkische Präsident Erdogan, was ja schon starker Tobak, der hat die Hamas als eine Befreiungsorganisation bezeichnet. Ja, würde sie wahrscheinlich selber auch. Aber er sagt ganz explizit, die Hamas ist keine terroristische Organisation. Die Hamas ist eine Befreiungsgruppe, die kämpft, um ihr Land und ihr Volk zu schützen. Ich weiß nicht, ob er es nicht besser weiß. Aber das ist schon absurdes Gerede. Natürlich ist die Hamas eine Terrorgruppe. Sie wurde als solche gegründet und sie kriegt Geld dafür, dass sie eine ist. Von allen möglichen Seiten. Aber es wird halt, also selbst jetzt in der NATO ist die Spaltung anscheinend angekommen. Also Türkei ist ja NATO-Mitglied. Die Welt liegt zur Hälfte in Europa. Also in Europa. Und ich sehe, dass es immer größere Spaltungen gibt. Also die Weltengemeinschaft, sie wird sich immer uneiniger. Und mit jedem Konflikt, der dazukommt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren noch viel mehr Konflikte haben werden, die dazukommen. Auch Taiwan ist, auch was mit China ist. Die USA haben ja große Angst, ihre Wirtschaftsmacht an China abzugeben. Was sie ja eigentlich auch schon getan haben. Also sie sind auch nicht mehr die Nummer eins Weltmacht wirtschaftlich und militärisch bald vielleicht auch nicht mehr. Also und ich glaube, dass das die Amerikaner extrem gefährlich macht, weil die sich damit nicht abfinden werden. Also ich bin gar nicht mal so optimistisch. Man hört es raus. Ja, ich schließe mich da an und kann bei der Gelegenheit nochmal Werbung machen für den Talk vom vergangenen Dienstag, bei dem ich die Freude hatte, die frühere österreichische Außenministerin Karin Kneißel dazu zu befragen. Und sie sagte sinngemäß, wir haben eine Teenager-Politik und eine ahistorische Außenpolitik, die in einem Moralismus und in einer überrissenen ethischen, pseudoethischen Reaktion in dieser Schwarz-Weiß-Kindergarten-Logik eben jede Diplomatie ausschaltet und zu solchen Eskalationsketten führt. Und passenderweise hatte direkt vor diesem Interview Frau Strack-Zimmermann, die du vorhin erwähnt hast, tatsächlich auch den Wahnsinn losgelassen. Auch das ist wieder keine Satire. Man muss es immer dazu sagen, es hat sich im ZDF geäußert über den Angriff der Hamas, über diesen Terrorangriff am 7. Oktober und sagte dann, Das ist übrigens Putins Geburtstag. Das ist alles kein Zufall. Das ist kein Scherz. Nein, nein, Jens, das hat sie. Aber wir sind die Verschwörungstheoretiker. Genau. Verschwörungstheorie made in Deutschland. Also an Putins Geburtstag greift die Hamas an und das ist kein Zufall, lieber Jens. Da siehst du es. Da hast du es endlich mal. Ja, dümmer wird es nicht. Aber ich möchte noch was kurz, ich möchte anfangen mit Guterres. Ich bin ausnahmsweise mal mit Guterres einer Meinung. Er hat es so ausgedrückt, also im Grunde genommen, worum es geht, der Konflikt hat auch eine Vorgeschichte. Es wird gerade so getan, als habe der israelisch-palästinensische Konflikt am 7. Oktober begonnen mit diesem Angriff der Hamas und das ist einfach nicht so. Es gibt eine Vorgeschichte und die kann man nicht ausblenden. Das heißt nicht, dass man die Verbrechen irgendwie relativiert, die geschehen. Übrigens, Verbrechen werden auf allen Seiten begangen. Und zu Erdogan, das finde ich auch interessant, warum eigentlich entweder oder? Natürlich ist die Hamas eine Terrororganisation. Ich glaube, wer das bestreitet, obwohl er weiß, was die Hamas tut, ist entweder ein Lügner oder ein Idiot. Aber das schließt nicht aus, dass sie auch eine Befreiungsorganisation ist. Sie ist beides. Sie ist beides. Das, was sie macht, ist natürlich Terrorismus. Und sie kämpft halt für die Freiheit ihres Landes. Tut sie das wirklich? Das ist halt die Frage. Da bin ich gar nicht mal so sicher. Da gibt es diese Hintergründe, die israelischen Hintergründe und dass da ordentlich nachgeholfen und auch finanziert wird. Aber so im Selbstverständnis ist das natürlich so. Jetzt kann man natürlich überlegen, inwiefern ist es vielleicht sogar ein Proxy, genau der Leute, die sie vorgibt zu bekämpfen oder auch glaubt zu bekämpfen. Auch glaubt zu bekämpfen. Also die Leute, die da kämpfen, die glauben ja an diese Sache. Also was ich halt sagen will, Terrororganisationen und Befreiungsorganisationen schließen einander nicht aus. Man kann durchaus beides sein. Ja, und diese 4000 deutschen Soldaten in Litauen, also eigentlich direkt an der russischen Grenze, zu Kaliningrad, haben natürlich militärisch keinen Wert, aber das ist schon ein ganz schön finsteres Signal. Also das, auch den Russen gegenüber, was das nochmal für ein Signal ist, ist so unerträglich. Wir sind gerade bei Israel die ganze Zeit ja und der deutschen Verantwortung und auf keinen Fall, weißt du, die deutsche Staatsräson, die Sicherheit Israels und den Russen gegenüber verhalten wir uns in einer Art und Weise, als hätte es diesen Zweiten Weltkrieg gar nicht gegeben. Also das ist eine Geschichtsvergessenheit, die sucht wirklich ihresgleichen. Und die gleichen Leute, die dem Staat Israel atomwaffenfähige U-Boote schenken, stationieren jetzt Soldaten an der russischen Grenze. Wenn man mal sieht, wie sehr das aus der Balance ist und mit welchen Doppelstandards hier gearbeitet wird, finde ich das nicht nur, ja ich finde es ziemlich abstoßend. Ich finde es geschichtsvergessen, ja dürfte es in der Form eigentlich gar nicht geben. Tja, aber irgendetwas sagt mir, dass wir von diesen Formen in Zukunft noch viel, viel mehr sehen wollen und das Krieg als neues Politikprinzip sich normalisiert hat. Wir werden das weiter verfolgen, wie auch die anderen Themen und ich danke euch für diese Woche fürs Zuhören, freue mich auf die nächste und kann euch zum Ende nur zurufen, was ich schon so lange sagen muss. Wie auch immer dieses Regime davon abzulenken sucht. Die erfundene Pandemie, der menschengemachte Klimawandel und auch die mehr vom bösen Russen sind nichts als Lügen und politischer Terror gegen die Menschlichkeit. Der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht endlich aus den Ämtern gejagt haben. Wer unser Grundgesetz bejaht und die offene Demokratie, für die es steht, der muss jetzt aufstehen. Erst recht, wenn er Uniform trägt oder in diesem Staat ein Amt innehat. Lass die Angst los, schmeißt alle Nachweise weg und verweigert den Terroristen heute wie in Zukunft jeden Gehorsam. Ruft ihnen die Wahrheit ins Gesicht, wo immer ihr sie antrifft. Kommt in Frieden zusammen mit all den Menschen, die nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt jede Gelegenheit zum Kontakt mit denen, die euch gut tun, denn genau dafür ist das Leben da.